Yes! Vamos! Oh, come on, ey! Ich kann jetzt mal anfangen mit links zu machen, also. Halt, steig! Halt, steig! Deswegen bin ich der Trainer, ne? Hey Toto, was geht ab? Hier ist Fabi von Just As Go Keepers. Wir sind zu Besuch in Unterhaching. Loris ist mit am Start vom Team Titan. Alex von Unterhaching. Wir haben eine Challenge gemacht auf die kleinen Tore seitliche Abschläge. Ich will nicht zu viel verraten, aber es sah ganz gut aus für mich. Guckt rein. . . Ah! Ja! Ah. Ich kann jetzt mal einfach mit links zu machen, also. Oh, come on, ey! Takaboy! Das gibt's doch nicht! Alter, hör mir auf, ey! Was willst du da machen, ey? 3-0 für Papa, aber hat mich jetzt auch nicht überrascht. Oh, come on, ehrlich! Oh, ja! Yes! Vamos! Nee! Das Penu hat der Druck gut. Ein guter Angler lässt Leine. Geh noch mal aufs Kleine. Norris, du kannst doch gewinnen! Stechen! Stechen! Ich bin raus. Sat'n Depp oder was machen wir? Sat'n Depp! War ja klar, oder? Einmal Pfosten, einmal Latte, zwei Treffer, zweimal weg. Deswegen bin ich der Trainer, ne? Und die anderen, die Torhüter. Ja, komm, ich muss weiter. Halt, steig! Halt, steig! Oh, yes! Das ist neu! Los! Das sind halt 20 die Geschütze, ne? Ah, stimmt, fuck! Oh Gott, das war die größte Schmarrache! Ja, komm, warte! Ich bin auf die Schmarrache! Ich bin auf die Schmarrache. Oh, mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin auf die Schmarrache. Ich bin auf die Schmarrache.